so wir gehen jetzt mal das video rein jetzt wird ein bisschen gelacht für alle die eben bei kianos recherchiert haben jetzt kommt ein bisschen entertainment und danach wird weiter recherchiert mit norman investigativ und die poster alleine bro wer kann sich noch an die zeiten ändern nintendo 64 vibes diese zeit war die geilste zeit nintendo 64 obwohl super nintendo war auch geil aber 64 war noch geiler diese kurz pusten wer weiß noch jetzt geht's los was ist das der bruder der bruder gibt sich auch voll den act der sind die sie alter das muss echt ein heftiger aufwand sein ist alles so zu cutten und die welt zu erstellen und so respect an sind die sie ich küsse das ist dein herz bruder was macht ihr oh nein was you doing what's going on here no 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 bro dicker ich kann nicht mehr bruder bruder ich hab hier fünf euro soll es dir geben oder lieber jemand anderen du kommst mit Fünfer vonseite lass mich in Ruhe bruder hier ist meine Karte ich habe kein Bargeld Herr Papi für der Wüste oh shit, Prinzessin Peach oder was? ich hab's gewusst wo sind die Albaner, dicker? wo sind die Albaner, dicker? Tachi, shut up Tachi, shut up Oof GEI Gib Wo sind die Albaner, dicker? ohhhhhh Tachi, shut up Tachi, shut up Tachi, shut up Tachi, Shut up Und das ist schon geil. Meine Mom hat auch eine Nintendo, ähm, wie heißt die ganz neue Switch, glaube ich, ne? Ja, genau, die Switch zu Hause. Und da kannst du jetzt Spiele spielen von damals und bei Mario Kart hast du auch die Welten von damals und so. Wer von euch ist auch mit dieser Scheiße groß geworden? Haut mal eine Eins rein. Oh mein Gott. Wie, die ist auch da. Was ist jetzt? Magst du mich jetzt nicht mehr? Backfire. Nein. Nein! Bruder, Bruder, hast du mich gefickt? Das ist ja, das ist ja geil. Geil. Cool, Mann, Alter. Der hat schon echt lange keine Videos mehr hochgeladen, ne? Scheiße. Geil. Voll geil. Ey, nochmal, Shoutouts gehen raus an SinDC. Echt starke Arbeit, die du da leistest. Es ist bestimmt nicht einfach, solche Videos zu machen. Und ich würde mir auch wünschen, dass du jetzt wieder regelmäßig am Start bist, weil das ist echt geiles Entertainment. Ich glaube, ich war ja auch der Erste, der damals auf SinDC reagiert hat. Und ich finde den Typ echt, also der hat das echt geil gemacht, so. Respekt geht raus, Shoutouts gehen raus und zieh weiter durch mit dem Shit, Bro. Das ist brutal witzig. Und ich finde den Typ. Vergangen Mightiam gloves ein bisschen calendar.